Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Kennen Sie eine Party, die so gut ist, dass wir uns dafür erst einen eigenen Namen einfallen lassen mussten? Party. Parttagen obligat, egal welcher Art. Der beste Part gewinnt und wird prämiert. Kommen Sie zur Party in der Zieglergasse diesen Freitag, Einlass ab 9 Uhr. Ein eigenes Bier mitbringen.